Der verwirrte Blick und dazu dieses breite Grinsen. Eigentlich eindeutige Anzeichen dafür, dass Tara Reade ein bisschen zu viel getrunken hat. Sie trägt klassige Jeans, ein helles Top und pinken Lippenstift, als sie gerade mit einer Freundin aus einem Club in Hollywood kommt. Die zwei hatten dort bestimmt viel Spaß und garantiert auch ein paar Drinks. Tara, die zuletzt in Trashfilmen wie Sharknado zu sehen war, ist wegen ihrer sehr mageren Figur immer wieder Thema in den Schlagzeilen. Und dieser Auftritt der 39-Jährigen wird ihr Image wohl auch nicht gerade aufbessern. Allzu schlimm betrunken scheinen die zwei Freundinnen dann aber doch nicht zu sein. Den Fahrer ihrer schwarzen Limousine finden sie immerhin recht schnell. Und der bringt sie hoffentlich sicher nach Hause, wo die Partygirls dann Zeit haben, ihren Rausch auszuschlafen. hat eine Aufprall gesungen. Ever, ever.